Boom! Was war denn gestern los, ey? Deutschland gegen Brasilien. 7 zu 1. Digga, ich hab das natürlich von Anfang an geguckt und ich dachte mir, Digga, was geht ab? Deutschland hat komplett zerstört. Und meine Reaktion war, sehen wir jetzt. Yeah, das Deutschlandspiel geht los. Ein bisschen lauter. Yeah. Okay. Uh, Digga, Brasilien geht schon gut ab am Anfang. Wie schlecht, wie schlecht. Ah, schade. Ein Tor. Egal. Ein Tor ist nicht so schlimm. Die holen noch auf. Die holen noch auf. 2. Digga, was geht ab, man? Brasilianer, konzentriert euch ein bisschen. 3. Egal. Ich geb die Hoffnung nicht auf. Es kommt noch. Es kommt noch. 4. Was geht ab? 4. 5. Was ist da los? Was ist da los? 6. 0. Ah, ich geh schlafen, Digga. Ich schwester. Ich denk nix. Digga. Hallo? Ey, wer hat Digga Deutschland an 7-1 gewonnen? Das war meine Reaktion. Ich bin nach dem 6. Tor einfach ins Bett gegangen. Krieg noch einen Anruf, Digga. Ey, Digga, 7-0. Ach, halt das Maul. Auf jeden Fall hat Deutschland gestern gut zerstört, Digga. Falls ihr auch der Meinung bist, gib einfach einen Daumen hoch. Ich würde sagen, dass wir beim nächsten Mal abonnieren. Komm rein und peace. Und ja, fangen wir einmal direkt an. Ja! Digga, diese Frage ist spannend. Sie fragt mich, Megan Fox oder Selena Gomez? Megan Fox? Selena Gomez. Selena Gomez? Megan Fox. Natürlich Megan Fox wäre Selena Gomez, Digga. Sieht aus wie ein Hamster. Ich bin auf jeden Fall.